Klappt. Na, geh noch ein Stück. Oh, schade. Egal, ich muss eh runter. So, dann muss ich mir hier nur noch einen Tunnel suchen, irgendwie. Jawoll, ja. Habe ich das Vieh zu Boden bekommen hier? Nee, natürlich nicht. Alter, die schlucken aber auch hier. Nun gut, dann wollen wir mal... Macht denen das überhaupt Schaden oder ist das so irrelevant? Egal. So, wollen wir mal schauen... Eine Feder! Ich dachte, ich hätte die Karte für alle Federn mir gekauft. Oder war das nur für Boston? Werde ich gewahr? Erstmal hole ich mir die jetzt jedenfalls. Alter, hier gibt es fünf Federn. Heilige Scheiße. Nicht schlecht. Da vielleicht. Das sieht ganz gut hier aus. Ach, Kopf juckt! So. Komm schon, hier wird es doch... Ja, hier unten irgendwo sicherlich. Oh, hier gibt es sogar noch eine Kiste. Ich dachte, ich hätte eigentlich alle. Ja. Ja. Ah, danke. Wie nett von dem. Ah, halt dich da raus. Uh. Alter Schwede, das klang echt... Oh, ja. Alter Schwede. Englische Steinschloss... Schlosspistole. Ja, komm. Zack. Weg damit. Aber ich habe immer noch nicht hier den Klunker, weswegen ich eigentlich hier bin. Aber ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Eingang bei dem Fluss hinterm Wasserfall. Komm schon, da ist doch immer irgendwas. Jawohl, wusste ich es doch, wusste ich es doch. So, dann muss ich hier kurz ein bisschen langlaufen und dann habe ich auch schon fast die Klunker. Den Klunker. Oh, und es geht noch weiter. Mal schauen, was ich hier noch finde. Ein Ausgang wahrscheinlich. 14 Klunker. Ein Klunker fehlt noch. Ah, in New York gibt es sicherlich auch Klunker. Wilfe. Uh, okay. Da kriegst du mich eh nicht. Ah, scheiße. Kann man Tiere damit nicht hochziehen? Schade eigentlich. So, wo ist der Wolf denn? Achso, ja. Huh. Okay, keine Ahnung. Egal, ich gucke mal fix auf die Map. Siedlungsmission, genau. Und was war das da? Ach, da war er genau. Ja, ja. Schon klar, das war er hier. Da, wo die Kiste war. Dat war dat. So, Siedlungsmission. Norris helfen wahrscheinlich. Oh, das hat mir nicht gefallen. Ich muss nur eben kurz Aufnahme neu starten. So, Aufnahme neu gestartet. Bekanntheitsgrad 2 ist auch irgendwie nicht so toll. Zack, erst hier Wurffeil mit dem Wurffeil eine verpasst und dann noch. Ja, okay, beschädigt, weil ich, klar, weil ich das 4 erst mal mit dem Wurffeil verletzt habe. Wurffeil, ich weiß auch nicht. Brauche ich jetzt gerade nicht. Was ist das da hinten denn? Den Konvoi angreifen. Uuuuh, Konvoi-Angriff. Achso, ja. Na, das kommt her. Zack Alter, schon wieder der Pisser Das ist derselbe hier Zweimal derselbe gewesen, der mich angegriffen hatte Na, legen die an und wollen schießen? Sollen sie ruhig machen So Gefällt mir der Bohrfeil Oh yeah, nice Haben wir hier Quasi eine Kiste, die wir plündern können So, was haben wir denn da alles drin? Schnell rein, schnell raus Geht alles ruckzuck hier Und was haben wir bekommen? 750 Das war's doch wohl nicht, oder? Das war's? Super Ich dachte, ich krieg Pack a neck Wusste ich's doch Dass das die alle Nudel hier ist Ja, kann's gut haben Ohne Zweite Ich sollte vielleicht selbst etwas vorbereiten Okay Es scheint, du hast jetzt etwas Zeit Ah Sprengfässer, ja Ah, nee Nein Objekt aufheben Wie werfe ich denn noch gleich? So 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 Wann geht's los? Achso, Moment Äh, halt So Pistole Oh, das Fass ist ein bisschen weit weggerollt vielleicht Sacre Ah, scheiße, ey Ich muss mal kurz hier gerade Wechseln Zum Bogen Denn ich will den dicken Allein schon Verpiss dich Verrecke Verflucht Jawohl, ja Egal, ich heil mich ja nebenbei ein bisschen Damit geht's So Wieder ein Fass haben wir hier Legen wir das doch mal hier ab So Dann noch schnell wechseln zur Pistole wieder Nein, falsche Seite Zack So, falls sie wieder von frontal kommen Verpasse ich ihnen diesmal eine Ach, was So, hier hab ich doch Da ist das Fass, okay Das lässt du mal Schön bleiben hier, du Pissnake Verreckt doch Ach, komm schon, ey Ganz ehrlich Den hätte ich jetzt den Arsch aufgerissen Aber nein Alles eure Schuld hier So, kommt mal her Nein Verdammt Scheiße Komm schon Hört auf zu nerven Ach, Mann, ey Ich wollte doch nur aufs Fass schießen hier Ach Komm, verpiss dich Du Stückchen Kot Ah, super, ey Scheiße Scheiße Verfickte Kacke nochmal, ey Muss da diese Pissnake angefickt kommen, ey Alter Oh, mir ist gerade voll warm und ich hab Hunger Ich mach gleich erstmal Päuschen, Alter Alles nochmal Ah, und Das Ding darf ich auch nochmal machen, oder was? Ach, am Arsch So, jetzt weiß ich von wo sie kommen Hier lang kommt sie auch So Super Konvoi angreifen, daraus wird jetzt irgendwie nichts Beim dritten Mal kommen sie dann wahrscheinlich Hier hinten Ähm, F war das Was? Achso Er hat schon gesprengt Na dann Oh, kommen sie diesmal direkt von da, was? Oh, super, ey Kicken die hier das weg, ey Ich glaube, es hackt bei euch Verpiss dich Ach, komm schon Hört auf mich zu nerven Tja, viel zu langsam Scheiße Auf dem Falschen auch noch geschossen hier Ja, komm Ja, komm Ein Moment mehr Na dann So Hoffentlich rollt das Ding nicht so weit Ne, geht noch Ach, komm Am Arsch Ich muss sowieso wechseln erstmal, ne Hm Hm Noch ein bisschen Noch ein bisschen Jetzt Jawohl, ja Das war ein guter Start Oh, ja Komm Leck mir die Klöten So Neues Upgrade verfügbar Sehr gut Gegenstand erhalten Ökonomie Und was Egal So Schauen wir mal kurz auf die Map Da hinten ist das So ein Wanderer Hausierer Genau Gibt's hier irgendwas in der Nähe Da gibt's Klunker Ach komm So nah wie die sind Mache ich das eben noch Und danach Mache ich eine Aufnahmefause Und danach geht's dann auch New York weiter Das nächste Mal Ob es wohl ein Upgrade gibt Für äh Schnelleres Nachladen Der Waffe Würde ich auf jeden Fall Cool finden Valley Forge Okay Juhu